Wir sind heute eingeladen worden in die Anne-Frank-Schule, um hier die Übung mit der Jugendfeuerwehr am Fest der Kulturen durchzuführen. Denn auch die Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur. Wir haben vor mehreren Wochen hier angefangen zu üben, in der Annahme, dass eines der Pavillongebäude Brand genommen hat und im Vollbrand steht mit vermissten Personen. Und dementsprechend wurde ein Löschangriff mit drei Strahlrohren aufgebaut. Ebenso wurde ein Eingangriff vorgenommen, bei dem zwei Jugendfeuerwehrangehörige die Personenrettung übernommen haben und auch alle zwei vermissten Personen erfolgreich retten konnten. Nach Beendigung der Übung waren wir hier in der Anne-Frank-Schule mit dem Löschgruppenfahrzeug LF106 zu Gast und konnten dies ausstellen, um es den hier anwesenden Gästen des Schulfestes präsentieren zu können. Ebenso haben wir zwei Wasserspielgeräte mitgebracht, um auch den Schülerinnen und Schülern, die dieses Fest hier besuchen, die Möglichkeit zu geben, spielerisch in das Feuerwehrwesen Einblick zu nehmen.